Berlin. Eine Stadt wie andere. Eine Stadt anders als andere. Einst Reichs Hauptstadt, heute geteilt. Berlin West. Fast zwei Millionen Menschen leben in dieser Großstadt, einer Stadt ohne Umland. Berlin West ist die größte Industriestadt Deutschlands. Wichtigster Produktionszweig ist die Elektroindustrie. Ein ganzer Stadtteil trägt den Namen Siemens. Der Erfinder, Werner von Siemens, gründete 1847 in Berlin das Unternehmen. Wegen der veränderten politischen Situation der Stadt hat das Unternehmen inzwischen, wie viele andere, den Hauptsitz in die Bundesrepublik verlegt. An zweiter Stelle in der Rangfolge der Produktion steht die chemisch-pharmazeutische Industrie. Auch im Maschinen- und Fahrzeugbau, der an dritter Stelle steht, gibt es traditionsreiche Namen, wie zum Beispiel Borsig. Berlin ist eine Stadt der Mode- und der Textilindustrie. Berlin ist eine Stadt der Mode- und der Textilindustrie.